Jo Leute, wir machen weiter bei dem behindertsten Spiel, dass wir momentan überhaupt Let's Playen und was wir überhaupt Let's Playen konnten. Und das glaube ich nicht und da habe ich gesaved, als er den Fuckman innen drin hat. Naja, okay. So, eigentlich ist es gar nicht so schwer, es ist halt nur schwer. Hallo. Boah, ich blicke hier schon wieder überhaupt nicht durch, was ich hier überhaupt... Ich glaube, es ist schon wieder schief. Moment, so? Nee. So, so. Nein. Nein. Moment mal. Mein Gott. Alter Schwede. Ey, das könnte sogar gehen. Komm schon. Sollste kackt nicht essen. Boah, weißt du was, nee. Habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt... Ich dachte, kein Bock drauf. Ey, wir haben es fast geschafft. So. 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 Oh Mann! Nein! Ja, wir haben es geschafft und dann sowas! Komm schon! Oh, ich blick hier nicht mehr durch. Da haben wir es geschafft und ich drückt das nicht! Nein, der Scheufding! WTF? WTF? Da haben wir es schon ein paar Mal geschafft jetzt und was ist? Ja, fick dich doch, ey! Regt mich das gerade auf! Regt mich das auf! Wir haben es geschafft und ich bin zu doof! Nee! Wir müssen den auch noch... Nein! Wir müssen das Scheißding auch noch direkt da oben gegen, damit der Yoshi das essen kann. Ich glaub das nicht! Dieses gefräßige Fackvieh isst ja auch alles mit! Nein! Du Scheiß! Hier aber erstmal kurz ein Save machen, Leute! Bitte! Wahrscheinlich geht der Save gar nicht, weil wir genau diese eine Millisekunde noch brauchen. So sieht's nämlich anscheinend aus. Jaja, die werden wir brauchen, okay. Egal! Ah, fast! Also das Wichtige ist, dass es machbar ist. Nein, ich wollte Speicher nicht laden, ey! Du verdammter Scheiß! Japaner, ey! Ja! 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 Wir haben es geschafft! Ich glaub das nicht! Ich glaub das nicht! Wir scheinen es geschafft zu haben, Leute! Wir scheinen es geschafft zu haben! In your face, Yoshi! Boah! Wir haben das Level so gut wie geschafft, Leute, weil das... Das war der absolute Horror-Trip, ja! Das war die schwierigste Stelle, da hat Emero auch am längsten für gebraucht! Ein bisschen was trinken! Und soll ich euch was verraten? Wenn wir Item Abuse spielen würden, dann müssten wir nur so ne Scheiße machen! Deswegen spiel ich das nicht! So, wir gehen jetzt hier oben drauf! Wir werden die letzten Saves jetzt benutzen, paar 90 hier oder was das ist! Ich weiß, ihr haltet mich für völlig gestört! Oh Gott! Keine Sorge, Leute! Das bin ich auch! So, jetzt müssen wir nur noch hier drauf kommen! Was auch einfacher gesagt als getan ist! Ah! So, hier machen wir auch wieder ein Save! Nein! Ihr Spastis! Nein! WTF, was ist das denn?! Noch nimmer vorm Ziel haben die Benehmen in dem Spiel! Ich glaub dat echt nimmer! Dat hab ich beim Emero nicht gesehen! Ja... Ihr seid so... Fuck gelittene Leute, ne? Ja, wie soll man... Habt ihr gelitten? Wie soll das denn gehen? Ja! Bäm! Geschafft! Fragt mich nicht wie, aber wir haben's geschafft! Save, save! Boah! Ist das geil, ey! Jackpot! Mario, was ist los? Blöder Mann, ey! Scheißklempner! Mein Level geschafft, ey! Geschafft! Speichern! So, und jetzt werden wir bei den ersten Saves wieder anfangen zu speichern, Leute! Yeah! Wie geil ist das denn?! Ist aber das Scheiß-Level geschafft! Endlich hinter uns! Dieses Kack-Level, ey! Boah! Ich glaub so viel hab ich mich noch nie in dem Spiel aufgeregt! Selbst nicht im Mr. Natsch! War das! Dieses Level, dieses verkackte Level war die Höhe! So! Echt, ey! Entwickler! Du hast ein geniales Spiel gemacht, ja! Aber dieses Level hättest du dir sparen können! Das ist mein Ernst! So! Boah! 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 Okay, wir gucken uns das neue Level mal an! Da hat der Imero zwei Parts irgendwie an... Och ja! Genau! Habt ihr einen voll gelittenen Schaden? Hä? Was soll das denn jetzt? Ah! Okay! Das wäre da jetzt so einfach durchkommen, hätte ich nicht gedacht! Ja! Alles klar, ey! Wisst ihr, wie ich gelittene Personen hasse? Ja! Ist aber machbar! Ist machbar! Ist nicht so wie die meisten, äh... Ja! Ist machbar! Zack! Geschafft! Müsste er jetzt eigentlich alles... Ja! Bestimmt! Äh... Wtfuck! Wie geht das so? Ich weiß es nicht! Hä? Moment! Jetzt kommt er da runter! Ah! Ah! Okay! Wir müssen noch eine Umdrehung warten! Bei noch einer Umdrehung ist es, äh... Wesentlich... Ich will nicht sagen einfacher, aber... Ja doch! Überhaupt erst möglich! Formulieren wir es so! Naja, aber die Stacheln da oben hättet ihr euch auch sparen können, weil das Ganze ist so schon einfach genug! Doch! Da braucht man ja nicht noch schwerer machen, ne? Diese Invisible-Blöcke, ne? Ah! Geschafft! Was ist denn wenn ich da so... Achso, ich muss da echt so drauf springen! Pfff! 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 Alter Schwede! Habt ihr gelitten! Pfff! Ihr habt doch echt gelitten! Pfff! Pfff! Jaaa, wie soll ich denn da so schnell durchkommen? Bitte schön! Pfff! 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 Ja, genau, die schafft das, oder? Alter, was ist das denn für ein Spiel? Äh. Alles klar. Komm schon. Komm schon. Alles klar. Komm schon. Komm. Komm. Alter. Nur weil ich den Scheiß-Steuerkreuz nicht loslassen kann. Ist das denn wahr? Ich will die Stelle jetzt noch schaffen in dem Part. Ey, wir sind doch da eben rübergekommen. Oh. ... ... ... Komm. Ja, geschafft! WTF WTF Boah Hilfe Was für ne Scheiß, wenn ich freue, dass du das geschafft Und stirbst dann So Leute, okay, hier ist auch dieser Part zu Ende Ich bedanke mich fürs Zusehen, wir haben das schwierigste Level In dem Kackspiel geschafft Und ich sage Vielen Dank fürs Zusehen, Leute Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich mache jetzt erstmal eine Pause, ich bin völlig fertig Also, bis zum nächsten Mal, ciao